... ... ... ... Lorenzo! Hier ist Barnes! Wo stecken Sie denn verdammt nochmal und wo ist Begleit? Wir sind beide hier in der alten Gemeindekirche, westlich vom Flughafen. Wo stecken Sie? Sind Sie denn noch zu retten, Mann? Wie kommen Sie dazu? Hier muss die Kommandozentrale sein, also bewegen Sie Ihren Arsch! Alarmstufe Rot! Endphase! Sie haben jetzt den genauen Standort von Stuart! Bewegt Euch! Los! Unsere Maschine ist in 30 Minuten bereit, General! Wenn es keine weiteren Überraschungen gibt... Wer von seinem Pilz ein Bitt mehr erwartet... ...ein Bitt mehr Frische... ...ein Bitt mehr Geschmack... ...und ein Bitt mehr Eleganz... ...der freut sich auf sein Bittburger. Bittburger... ...ein Besonderes unter den Westen. Morgen! Küsschen! Jeden Morgen ist es da... ...dieses Pilz... ...abgestandene Gefühle... ...dagegen Hilfe... ...Odol-Mundwasser... ...es macht aus Muffelatem... ...frische Atem! Denn Odol-Mundwasser wirkt bis tief in den Rachen... ...und gibt morgen Frische für den... ...Odol-Mundwasser... ...sympathische Frische, so weit der Atem reicht. ...Odol-Mundwasser... Wie viel Geld Sie für Reisen ausgeben, wissen wir natürlich nicht. Sie sollten aber wissen, dass Bahnfahren mit der Bahncard... ...nur die Hälfte kostet. Bahncard und Bahncard First. Ein Jahr Bahnfahren zum halben, normalen Fahrpreis. Unternehmen Zukunft. Die Deutschen Bahnen. Billige Alufolie, die schnell zerreißt, ist ein Albtraum. Aber ein Traum ist Top-Hits Alufolie. Sie ist traumhaft hitzebeständig und reißfest. Außen-Jobbitz, Innengeschmack. Mit allen fettarmen Joghurts kann man alt werden. Die Frage ist nur, wie viel Spaß man dabei hat. Denn leider sind fettarme Joghurts oft nicht nur arm an Fett. Sie sind auch arm an Geschmack. Danone ist anders. Die Original-Danone-Joghurt-Kulturen geben ihm so viel Geschmack, dass er auf mehr Fett verzichten kann. Wie lecker das schmeckt, merkt man sofort. Wie gut das tut, manchmal erst ein bisschen später. Danone, mir geht's richtig gut. Eine Unterschrift ist Ausdruck der Persönlichkeit. Dieser Mann weiß, was er will. Er unterschreibt nur, was seinen guten Namen verdient. Er ist Mitglied bei American Express. Mutti, kriege ich einen Fruchtzwerg? Ja, aber gib den anderen auch einen ab. Will ihr jemand was Gutes aus Milch? Mit Vitaminen? Und viel Kalzium? Fruchtzwerge? Okay. Fruchtzwerge von Danone. Denn ihr Kind hat noch viel vor. Krön und Leid so oft ich mag mit ganzem Aroma. Nur halb so viel am Koffein und ganzes Aroma. Ich lebe bewusst mit Krön und Leid zu jeder Zeit. Genieß Bewusstheit Koffein mit Krön und Leid. Das gönne ich mir so oft ich mag. Krön und Leid. Halbes Koffein, so oft ich mag. Die Musik. Die Liebe. Der Kampf. Der Erfolg. Der Superstar. Tina, what's love got to do with it? Die wahre Lebensgeschichte der Tina Turner. Ab jetzt im Kino. Der Tag geht. Johnny Walker kommt. Entschuldigung, aber wir haben reserviert. Telefonisch. Ruf doch mal ein. Telekom. Und Schokolade, Cherry, Schokolade, Curaçao, Cappuccino, Aretto, Cappuccino, Aretto, Caffee, Olee, Heselnat, 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 Eis, Caffee, Classic. Zehn Sorten Pico für nur 3,99. Jetzt bei Chivo. Aber immer öfter. Weil es alkoholfrei ist? Nein, weil es ein Bier ist. Klaus Thaler. Alles was ein Bier braucht. Bei schlechtem Wetter. Oder stressigem Alltag. Fehlt es bald an Vitaminen. Auch unausgewogene Ernährung laugt schnell aus. Hier hilft Oinova. Mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen sind Sie rundum vitamingeschützt. Oinova. Der Vitaminschutz für die ganze Familie. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Pfeifen. Mamma mia, vengo. Herr. Angelo. Ich glaube Ihr Auto steht auf meinem Parkplatz. Prego, saccomodi. Aber ich habe gar keine Zeit. Cappuccino. Un attimo solo. Sie prende una bustina di Nescafé. Poi si aggiunge un po' di acqua. Guardi come cresce il cappuccino. Pronto! Il cappuccino. Danke. Gradisca. Und wann fahren Sie Ihr Auto weg? Ich habe gar keine Autos, Signorin. Für die italienischen Momente im Leben. Nescafé Cappuccino. Fort. Die neue Erfahrung. Jürgen Heinrich ist Hauptkommissar Wolf. Wolfs Revier ist Berlin. Tja, wird's gehen. Wissen wir nun was oder wissen wir nichts? Und die Gefühle. Ihr Bauch. Ihr berühmt Dels. Wir sollten alle Möglichkeiten durchgehen. Ich war es nicht. Wenn Sie mein Telefon nochmal anfassen, war das ja sehr eng. Wolfs Revier gibt es wieder ab 16. September immer donnerstags in Sat.1. Seit nahezu 17 Monaten arbeiten wir jetzt schon an Wolfs Revier. Und die Arbeit macht immer noch einen riesigen Spaß. Ich glaube das sieht man dem Film an. Überzeugen Sie sich. Der Pilotfilm zur neuen Staffel. Sonntag 20.15 Uhr in Sat.1. Achtung an alle Einheiten. Die Position von Colonel Stewart ist bekannt. Over. Verstanden. Es ist soweit. Fertig machen. Fertig machen. Fertig machen. O. O. Das war's für heute.